Servus. Ich habe gestern auch noch bevor ich ins Bett bin, noch die weibliche Kuh in den Stall mit reinsetzt. Weil wenn die schlafen geht es am einfachsten. Da rennen die ein wenig sie weg. So, dann haben wir jetzt nämlich zwei Kühe die befruchtet werden können. Wir werden jetzt erst mal melken würde ich sagen. Und dann machen wir unsere Runde. Dann haben wir jetzt glaube ich noch zwei Kisten Hühnerfleisch dastehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist die falsche Richtung. Gehen wir nach innen. So. Genau, werden wir uns um die Kühe mal wieder kümmern. Wisst ihr? Nein, warte. Du kommst mit. Morgen könnten wir auch noch mal melken und dann können wir wieder kümmern. Können wir wieder kümmern. So. ... ... ... ... ... ... sehr schön die drei Bei euch, nein, die vier, die drei, bitte. Da hinten ist er, komm her. vier woche kommen sie haben sie bestimmt wieder weg. 6, 11, 13, und jetzt die 4 wieder hin. Die kann nicht in der Nähe. Da ist der 5er. Die kommt sofort her. 5, 6 wurde ich nicht gerade hier. 9, 4, 13, 11, ja, mitkommen. 7, 8, 12, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 8, irgendwas in die konnte dachte wenn es gerade weg ist es nicht bis jetzt dran So schnell erhoben den einen, die Gewürze weit weg ist und wieder ins Bauchschneed. Ich brauche auch von den Weißen, die ist noch nicht da, alle Abgrenzieren, kann es ja noch dieser sein. Ich brauche schon mehr. Ne, ich brauche schon 11. Moment, dann die wiederum, 13, 14. Das ist dann los, musst du mal mit. Ich brauche schon mal mit. Ich brauche schon mal mit. Ich brauche schon mal verstecken, komme mit, meine Güte. Ich brauche schon mal mit. 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 Okay. Ich brauche schon mal mit. Ich brauche schon mal mit. So die 15. Ich brauche schon mal mit. Ich brauche schon mal mit. Ich brauche schon mal mit. Und das ist nicht so. So, gut, haben wir das Ofen erledigt. So, wir gehen jetzt gleich mal gucken, bei die Kühe, das müsste ja öffert sein, genau. So, gucken wir mal, die eine war ja schon schwanger, die jetzt schon ausgepackt hat und ob die andere schön schwanger ist. So müsste ich mal irgendwie hier rein. So, du bist schwanger, ich habe dich reingesetzt gerade, du bist noch nicht schwanger, das ist nicht gut. Ja, gleich, was machst denn du? Hier ist eine, die nicht mal neu ist. Dann mach mal hin, mach mal deine Arbeit. So, ja, hier glaube ich noch einen. Das ist ja wieder einer. Noch nie. Oh, das darfst du doch noch. Nie abhören. So, ich habe einen Platz, haben wir noch. Nuggets. So. Und stimmt, ich habe ja vier, stimmt, ich habe ja gerade einen rüber gesetzt. Nuggets. So, haben wir das. Jetzt noch mal gucken, wie ein Futter drin ist. So, ja. Jetzt sind wir nochmal bei den Schweine gekommen, ob die es ist schön. Entschieden haben wir sie werden wollen. mit ihr zeigt sich doch mal ich würde sagen 100 prozentig kann man das nicht so richtig sagen aber ich würde schon sagen dass es wieder männliche werden noch mehr und bis 2 und bis 2 die haben los ok, gut dann gehen wir gleich mal gucken die jetzt ausgepackt hat schon mal losgehen nein, nur nicht, finde ich gut blöd, dann nicht so, hierbei die Hühner müssen wir jetzt nicht streuen machen, oder? jetzt sind wir ja nicht erst ach so, da habe ich ja einen Kohl da steht noch einer naja, haben wir das eigentlich nicht genommen noch das ist aber alles was ihr mir hergeben könnt aber das sind ja nicht mal viele zu das ist es das ist das ist ja nicht das ist ja nicht dann haben wir das äh haben wir jetzt alles drüber ja, ne? das haben wir, das haben wir das haben wir, das haben wir das haben wir, das haben wir dann können wir jetzt noch das machen das machen das machen das machen wir so, die müssen ja also alle fertig sein, hm? das machen wir jetzt noch eins an genau das machen wir ja, genau so, dort haben wir auch noch was stehen das sehe ich gerade Was mache ich denn jetzt hier eigentlich als nächstes? Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn als letztes gemacht für das Schweinefleisch? Ich will jetzt nicht mehr, nicht mehr. Schau da hin. Schweine Must. Schweine Must. Schau da hin. Schliesslich müsste eigentlich öffnen. Dann machen wir zweimal Schweine Must. Schau da hin. 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 Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, am Ende des Monats müsst ihr eingestanden werden. So, am Ende des Monats. Wir sagen es eben im Voraus ja nicht. Genau das Stadium steht da bis jetzt noch nirgends. Mal sehen. Jetzt gibt es dann wieder ein paar mehr Tiere. Schlaufe und Ziegen. Kann das sein? Schlaufe und Ziegen. Irgendwie. Geträumt hier. Wie aufgepasst. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann gleich hier rein. Und dann gleich hier rein. Gut, so, hier noch gleich auch alles weg. Ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Schweinefleisch. Und dann muss das schon wiederholen. Und dann wiederholen wir. Bisschen Schweinefleisch machen. Machen wir erst mal Salomiburst saugen. Bisschen Schweinefleisch machen. 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 Das war's. 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 Ich hab's. Ich hab's.